Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge FischCopTV. Hier ist der FischCop. Wir spielen weiter Hearthstone und zwar weiterhin in der Ladder oder auf der Ladder. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das möchtet. Ich habe mein Deathrattle-Dack ein bisschen angepasst. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr die Einzelheiten. Ein paar Sachen habe ich gemacht. Hier ist nur noch ein Mirror-Image. Ich habe die Secret-Tante rausgenommen. Ich hatte erst eine nur rausgenommen von den Secret-Keeperinnen, aber da ich jetzt neuerdings kaum noch, oder sagen wir mal so, ich habe ein paar der Geheimnisse rausgenommen. Ich habe noch ein Counterspell drin gelassen und zwei Duplicates, weil ich dachte, okay, jetzt, äh, oder gemerkt habe, jetzt gerade auch beim Hearthstone-Turnier, wo ich letztens dabei war, ähm, ich hatte ganz oft nur irgendwelche komischen Geheimnisse auf der Hand und die haben mir gar nichts gebracht. Ich habe mir nochmal ein bisschen hier Arcane Intellect mitgenommen für Card Draw und was haben wir noch gemacht? Ich habe jetzt hier zwei Polymorphs drin, weil ich gemerkt habe, die sind unglaublich nützlich. Äh, da würde ich nochmal überlegen, ob ich vielleicht nur einen mitnehme. Das werden wir nochmal sehen. Äh, wir haben hier den Keltusat wieder zurückrollen genommen. Äh, ich habe bei diesem Hearthstone-Turnier echt Sachen gesehen, Leute. Also, wenn man den spielt plus den Sludge-Belger und der Gegner keinen Polymorph oder keinen Hexe oder sowas dabei hat, äh, oder auch keinen Silence, dann ist der am Sack. Ich konnte drei Runden lang mit drei oder vier Minions einfach nicht angreifen, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich was töte, Keltusat holt es zurück. Das war sehr, sehr unangenehm und das Spiel möchte ich jetzt mal umdrehen. Ähm, man könnte auch nochmal überlegen, ob der Bloodmatch Thanos überhaupt noch Sinn macht, wobei ich jetzt auch ein Frostbolt mit drin habe. Es gibt Möglichkeiten und Wege. Ihr seht ja auch hier, was drin ist. Ihr könnt ja kurz, äh, pausieren, wenn ihr nochmal drüber gucken wollt. Water Elemental habe ich mit dazu genommen. Es ist immer noch kein wirklich gutes Deck, wie ich denke. Aber man kann damit, glaube ich, Sachen machen. Und nochmal ganz kurz zur Information. Wenn ihr dieses Video hier rauskommt, ja, und bitte guckt aufs Datum, da steht ja immer drunter, ähm, dann werde ich morgen einen, äh, Hearthstream... Ha... Hihihihi... Ein Hearthstream machen. Geil. Ein Hearth... Wie heißt das? Hearthstone-Livestream machen in der Ladder. Ähm, da werde ich aber nicht nur das Deathrattle-Deck spielen, sondern sogar wahrscheinlich erstmal vermehrt mein neues Zoo-Deck. Das ist aber nicht das Zoo-Deck hier, sondern das ist eventuell, wahrscheinlich könnte es sein, dass es hier dieses Deck ist. Lange Geschichte. Der Tommelbommel war mit mir da bei diesem Hearthstone-Turnier. Ähm, hat aber dort sein... Sein Account quasi gesperrt, weil er irgendwie zu oft falsch das Passwort angegeben hatte. Und dann hat er auch noch die Sicherheitsfrage falsch beantwortet. Und dann hat er seinen Account erstmal kurzzeitig verloren. Er hat ihn wieder. Ja, mittlerweile. Er hat ihn schon wieder. Ähm, musste aber dann vor Ort meinen Account nehmen. Es passte auch eigentlich ganz gut, weil ich war ja eh nach dem ersten Spiel rausgeflogen. Und dann hat er sich hier schnell ein neues Deck gemacht. Ähm, da können wir auch nochmal reinschauen. Und das werde ich jetzt gleich auch nochmal spielen. Äh, so sieht das aus. Soulfire Power... Void Terror... Finde ich, muss man jetzt nicht dabei haben. Ist aber eine grandiose Sache, auch mit Power Overwhelming. Weil da kannst du irgendeiner Sache Power Overwhelming geben, damit angreifen. Und dann kannst du das Ding spielen. Und dann hat er es halt so viel, wie du da gegeben. Es ist... Es gibt Mittel und Wege. Und den Doomguard habe ich ihn quasi sich enchanten lassen mit meinem Dust. Weil ich hatte noch relativ viel. Und das Ding kostet halt 100 oder so. Da haben wir 200 für ausgegeben. Ich habe immer noch 390. Alles gut. Ähm, ja. Und, äh, Loatab? Wusste ich gar nicht, dass er den da mit drin hat. Aber auch gut. Ist eine super Sache. Auch Loatab finde ich total in Ordnung. Ähm, wenn man jetzt viele Minions auf dem Board hat. Und man spielt gegen einen Mage. Dann kann man den in Runde 5 spielen. Hier den Loatab. Und dann kann er in Runde 6 sein Blizzard halt vergessen. Äh, insofern eigentlich eine sehr, sehr... Oh, Entschuldigung jetzt. Muss ich ein bisschen lüften. Ähm, super Sache. Geiles Deck. Ähm, er ist zwar nicht ganz so weit gekommen beim Turnier. Aber er hat zumindest einen, äh, Menschen geschlagen, der da ziemlich häufig ist. Und auch ziemlich gut ist. Es ist auch, glaube ich, ein Legendary Spieler. Von denen es da mehrere gibt, die da mitspielen. Er ist auch, glaube ich, gerade online. Das ist der Carlo. Ähm, super netter Typ. Ihr seht ja gerade, er ist, er ist Rang 4. Also, der kann Sachen. Der, der kann Sachen. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir haben jetzt jetzt ziemlich lange geschnackt im Nacken. Play. Äh, wir fangen mit dem Deathrattle Deck an. Wahrscheinlich fallen wir da so, äh, vielleicht ein, zwei Ringe zurück oder so. Und dann können wir ja immer noch das Zoo-Deck spielen. Das will ich euch ja schon mal vorstellen, damit ihr nicht überrascht seid, wenn wir morgen den Livestream, äh, angehen. Ich, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Wie ein kleines Kind, so zu Weihnachten. Ich dachte mir auch, äh, wenn ich jetzt immer nur für den Livestream, äh, Quatsch, für, für YouTube, für die Aufnahmen rankt spiele, dann kommen wir ja überhaupt nicht weit in dieser Saison. Das, das kann man sich ja ausrechnen auf einer Hand. Äh, das sind montags, dienstags, freitags, plus am Wochenende ein Video. Das sind, äh, vier Videos die Woche. Ah, ungefähr zwei Spiele. Äh, zweimal vier ist acht. Oh, dann hast du halt acht Spiele pro Woche. Äh, 16, äh, 32, äh, richtig? Ja, 32 Spiele im Monat. Da kannst du nicht weit, ähm, in der Lärter hochgehen. Deswegen dachte ich mir, bam, bam, machen wir einen Livestream dazwischen und dann wird alles cool. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Äh, es wird irgendwann ein Abend starten. Denk mal so 18 Uhr oder sowas. Je nachdem, wie wir es schaffen. Ich, es wird noch ein Ankündigungsvideo geben, auch bei Twitter und bei Facebook sage ich Bescheid. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich echt ganz schön da drauf. Äh, vor allem, weil ich eigentlich ja nicht so viel gelivestreamt habe in den letzten Monaten. Und ich möchte das unbedingt gerne ändern. Und, äh, das ist halt die Zeitsache, die da immer eine Frage ist. Aber das schaffen wir schon. Oh, ein Mage. Sehe ich gerade. Das haben wir schon mal Hallo gesagt. Noch nicht, ne? Tja. Oh, das ist ein goldener Mage. Sehe ich gerade. Yeah. Cool. Ja, das ist, das ist sehr, sehr angenehm. Okay. Den ballern wir mal lieber so weg, ne? Und den ballern wir auch weg. Wir spielen jetzt nichts Alternatives, weil ich will nicht, dass der jetzt hier gleich noch angreifen kann. Das ist etwas, was wir nicht möchten. Er zieht eine Karte. Das ist ungünstig. Ich meine, der Typ ist gut. Wir wissen das. Er hat 500 Mal mit dem Mage gewonnen. Äh, und selbst wenn er dafür 1600 Spiele mit dem Mage gebraucht hat, ist, hat er eine gewisse Erfahrung. Er oder sie. Arpad. Und, äh, ja. Also, da muss man Glück haben. Wobei, es ist so eine Sache. Ich habe bisher in meinem Leben, glaube ich, gegen zwei goldene Champs gespielt. Und ich habe sie beide erfolgreich kaputt machen können. Äh, ist jetzt, es ist jetzt, es ist, äh, man weiß es nicht. Ihr versteht schon, was ich meine. So, was machen wir jetzt? Was zur Hölle machen wir jetzt? Spiel mal Hannes und, nee. Was? Ja, doch. Hannes und Hannes. Und machen den kaputt, ne? So, Mugwidat, du. Wir gucken mal. Ich, ach, ich habe echt ein bisschen Angst. Welches haben wir jetzt hier? Duplikat. Wir haben ja jetzt nur noch zwei. Wir haben hier so Counter-Spell und Duplikat. Ich finde, das reicht auch. Es ist ja auch mehr ein Death-Rattle-Deck. Und nur, weil der jetzt hier ein, ähm, Secret rausholt, aufs Board, äh, finde ich das jetzt gar nicht so wichtig, einfach nur unglaublich viele von denen zu haben. Und die Secret-Keeperin haben wir ja auch rausgenommen. Oh, shit. Oh, shit. Wahrscheinlich trifft er jetzt auch noch. Naja, gut. Kann jetzt aber trotzdem noch den, äh, Loot-Horderer kaputt machen. Ja, das ist doch, das ist doch okay. Um als Scientist nochmal zweimal auf der Hand zu haben, ist es immer besser, als jetzt den nicht nochmal zweimal auf der Hand zu haben. Ziehen wir noch eine Karte. Nicht, dass wir nachher zu viele Karten ziehen. Uh, uh, uh. Und der Sludge-Pelcher kommt mir sehr, sehr gelegen. Sehr, sehr gelegen. Können wir auch direkt spielen? Feuerball, joo. Ich meine, wenig Karten haben wir nicht. Das ist ja jetzt schon mal ganz gut, ne? Das ist ja jetzt schon mal ganz gut, ne? Spielen wir mal den Sludge-Pelcher. Schade, dass wir ja die ganze Zeit keinen Undertaker da auf der Hand hatten. Ich hatte zwischendurch mal einen Undertaker rausgenommen. Ich weiß nicht mehr, warum ich einen Undertaker aus dem Deathrattle-Tag genommen habe. Äh, oh, Polymorph. Ja, genau. Dafür ist ein Polymorph genau richtig. Ich sag euch, diese Sludge-Pelcher gehen mir so unglaublich auf den Sack in letzter Zeit. Und da ist natürlich so ein Schäfchen ordentlich genau perfekt, ne? Ordentlich genau perfekt. Ähm, und schmeckt die Laugenstange? Zwinker, zwinker. Ich hab's letztens gelesen in den Kommentaren. Jetzt haben wir so langsam ein Problem, ne? Jetzt haben wir so langsam ein ganz schön großes Problem. Er hatte ja auch, ich sag mal, ganz schön gut Glück mit den Karten. Oder war das jetzt können? Hm, ich würd den gerne wegfeierbollen. Auch wenn das jetzt total ineffizient ist. Aber das 5-3er-Ding muss weg, sonst sind wir gleich tot. Sehr, sehr ungünstig. Müssen wir, wie gesagt, tun jetzt. Es tut mir in meinem Herzen sehr weh. Und dann können wir auch kaum noch was machen, ne? Kaum noch was machen, ne? Ja, gut. Obwohl, es wäre natürlich geil, jetzt gleich die beiden zu spielen, um den zu buffen. Ähm, hm. Äh, hm, hm. Wenn ich den spiele, ist er gleich tot, ne? Wenn ich den spiele... Oder? Wollen wir es riskieren? Weil alternativ... Spielen wir jetzt doch einen von denen? Und wenn nicht, dann würde ich den da mit und dann den da rein. Machen wir das so. Machen wir das so. Obwohl wir so viele Karten haben, ne? Wir hätten eigentlich auch mal... Aber gut. Wir gucken mal. Ich, ich, ich schaue mir das mal an. Gleich haben wir sieben. Das hier wären fünf. Immer noch zwei hier. Ach shit, das fucking Fire Elemental. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Sachen spielen, so viele Sachen spielen, dann muss er ja diese Sachen irgendwie loswerden, ne? Das ist im Moment, äh, meine Hoffnung. Sollen wir noch vielleicht, sollen wir vielleicht noch Harvest Golem spielen? Das passt nicht, ne? Weil jetzt können wir die beiden noch spielen und dann haben wir noch zwei Mana. Ist es vielleicht... Sollen wir, sollen wir das hier variieren? Aber dann sind wir nicht Mana-effizient. Dann schreiben mich wieder Leute an, ne? Dann sind wir wieder nicht Mana-effizient, du. Das ist halt immer so eine Sache, du. Und die spielen wir schon mal auf jeden Fall. Auf zwei, drei und dann haben wir ihn auf drei, vier, ne? Ja, das ist Kacke. Wenn er jetzt fünf Leben hätte, ne? Das wäre geil gewesen. Das wäre sehr gut gewesen. Ähm, Harvest Golem, komm. Auch wenn es jetzt nicht ganz Mana-effizient ist. Ich halte das für eine gute Idee. Was macht er jetzt mit dem Fire Elemental? Oder hat er vielleicht sogar noch irgendeinen Zauber? Hätte ich jetzt einen Counterspell noch spielen sollen? Hat er jetzt einen Flamestrike? Juhu! Okay, aber hätte ich jetzt zwei Karten nur, zwei Minutes nur gespielt? Und einen Counterspell? Ich kenne das doch. Dann hätte er seinen Flamestrike jetzt nicht gespielt. Das, das ist mir doch, das ist mir doch... Ah, okay, der Undertaker, okay. Jetzt ist die Frage, ob man jetzt einen Ragnar ausspielt. Ich denke nicht. Ich denke, da hat er auch Sachen dagegen. Wir machen jetzt ein paar Sachen hier. Wir machen sowas. Wir machen sowas. Ähm, ja. Hm. Jetzt wieder Flamestrike vorne. Jetzt könnte man auch das, äh, das Counterspell-Ding spielen. Hm, 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 hm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manaworm und ein Flamestrike. Pass auf. Ein Fireball. Okay. Gegen wen? Ah, ich habe nur noch 6 Leben übrigens. Und jetzt schreiben die Leute schon wieder in die Kommentare. Fischkopf, du musst mehr auf dein Leben gucken. Hätte ich Fahrradketten mäßig jetzt vielleicht eine Ice Barrier behalten? Ich habe die rausgenommen. Ob ich die jetzt behalten hätte sollen? Ich weiß es nicht. Ich fand das jetzt schon ein bisschen spannend, ne? Aber ich wollte euch ja noch... Oh. Ich wollte euch ja noch das Zoo-Deck zeigen von Trommelbommel. Wie gesagt, ich behalte das erstmal so bei, weil ich es gut finde. Meins ist ja nicht großartig anders. Aber jetzt, da wir den Doomguard jetzt quasi noch dazugeholt haben... Ich habe den in meinem Deck, glaube ich, quasi so ein bisschen ersetzen wollen. Mit dem... Äh... Die... Heißt ja Defender of Argus? Ne, Defender of Argus ist der... Ist der Tauntgeber, ne? Na, dieser Kumpel von ihm. Mit dem Divine Shield 4-2 mit Charge. Auch irgendwas mit Argus, oder? Ihr wisst, wen ich meine. Den habe ich dafür reingenommen. Der ist halt, ja... Der ist halt ein bisschen anders, aber hat trotzdem Charge und kann Sachen machen. Äh, jetzt wollen wir erstmal kleines Zeug spielen. Das sieht doch ganz gut aus. Wir fangen aber an. Ich hoffe, mein Undertaker überlebt, wenn ich den jetzt einfach mal so daraus spiele. Und da ist der Doomguard. Scheiße. Also, ist gut, ne? Aber den gerne nur später als Finisher und ungerne so spielen, dass er zwei geile Karten wegschmeißt. Das ist... Das wäre ein Problem. Das, äh... Hätte ich ungerne. Ah, da kommt der Lightning Boat. Sehr gut. Overload. Nächste Runde hat er auch nur ein Mana. Den Undertaker hat er jetzt sehr gut gespielt. Wir spielen jetzt nur Ruben Egg und hoffentlich greifen wir nächste Runde dann damit an. Hoffentlich spielt er was mit zwei Angriff. Das wäre ein Träumchen. Zwei Angriff und zwei... Nein! Ein Earthshock. What the fuck? Ja, okay. Das, ähm, lief jetzt ganz gut für ihn, nicht wahr? Na komm, wir spielen jetzt Shit. Wir greifen an. Wir wollen rushen. Wir wollen ihn möglichst schnell kaputt machen. Das ist ja auch so ein bisschen Ziel, so eines Zoo-Decks, ne? Anders ist das ja nicht. Das muss man ja so sehen. Das muss man ja wissen. Nix mit Range oder so. Okay, wie kriegen wir den jetzt dumm kaputt? Das schaffen wir jetzt nicht. Gehen wir ins Gesicht, ne? Wir wollen ja ins Gesicht gehen. Wenn ich dir jetzt da zwischenhaue, dann hätte der sechs... 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 Und ich hätte noch zwei Eins-Eiserspinnen da, ne? Es ist eine interessante Angelegenheit. Es ist keine Kombo, wie man sie sich wünscht. Aber... Man kann auch Sachen machen damit. Ich frage mich gerade, ob ich das machen möchte. Ich finde schon. Weil ich auch mal so Quatsch machen will. Und den Void Terror spiele ich sonst irgendwie nie. Lass mich mal gucken. Macht das so Sinn? Und kommen die zwei Spinnen dann da raus? Habe ich mir das richtig überlegt? Yes. Okay. Hm, mal gucken, ob wir das jetzt gleich bereuen. Was kostet ein Hex? Drei, ne? Der Sechsechser könnte jetzt gleich schon wieder tot sein. Jetzt kommt das Hex raus. Pass auf. Kommt das Hex? Kommt das Hex? Feral Spirit. Okay. Geht schlimmer. Geht schlimmer, aber... Ich meine, direkt durch kommen wir nicht. Das ist schon mal nicht gut. Ein Bloodlust hat einen Hexenmeister nicht. Das finden wir auch nicht gut. Und jetzt kommt noch der Direwolf. Das ist auch sehr uncool. Heißt, wir verlieren jetzt auch den Sechsechser demnächst. Können zumindest schon mal einen von den... Von den Feral Spirits doch wegmachen. Wahrweise könnten wir auch einen Doomguard spielen, ne? Wahrweise könnten wir auch das tun. Die beiden Karten würden wir verlieren. Aber wir würden schon mal durch die beiden Torns brechen. Und könnten den Wolf kaputt machen, zum Beispiel, ne? Aber ist das etwas, was man möchte? Oder behalten wir... Bevorben wir den noch auf? Ach, schmeiße ich die Karten weg? Schmeiße ich die Karten weg? Oder behalte ich sie? Wir spielen jetzt diese beiden Karten hier. Wir gehen da rein. Und wir schmeißen die Spinnen weg. Jetzt bin ich gespannt. Haut er den 3-5er in den 6-3er? Haut er den 3-1er in den 6-3er? Was wahrscheinlich noch schlauer wäre. Uh! Oh nein, er hat einen Aue. Er hat einen Aue. Ich seh ihn kommen. Shit. Shit, 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 shit. Ja, ja. Ist ja gut. Schrei mich nicht an. Du hast einen fucking Lightning Storm. Oder wie das heißt. Ja, cool ist das. Hoffentlich kriegt er 6... Nein! Du kleiner Glückspilz! Und somit verlieren wir dieses Spiel. Sehr, sehr ärgerlich. Dunbart möchte ich eigentlich noch nicht spielen. Hier haben wir jetzt auch Probleme. Wenn wir den spielen, ist er eh gleich tot. Aber besser, als wenn er jetzt in unser Gesicht geht. Ein 4-4er bewahren wir noch vor diesem Schicksal. Aber mal gucken. Geht er jetzt komplett ins Gesicht vielleicht? 7-8-9 hätte er. Das kann man machen. Wolf wird er wahrscheinlich nicht in den 3-2er hauen. Mana-Teil-Totem. Okay, sehr gut gespielt. Ich schätze mal, der Knife-Jaggler ist ziemlich sicher tot. Ah, doch den Wolf. Oh, das ist ja interessant. Das kann man ja auch mal machen, ne? Mein Board gecleared hat er. Er zieht jetzt Karten. Ich überlege kurz, ob wir nicht doch gleich den Doomgaard mal spielen sollen. Um hier zumindest gewisse Gefahren aufs Board zu legen. Aber ich glaube, wir haben schon verloren. Ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr viel machen. Power of Warming könnten wir spielen. Aber, ne. Wir ziehen noch eine Karte. Ziehen noch einen Vogel hier. Ja, mal gucken, welche zwei Karten wir verlieren. Wir spielen jetzt den Doomgaard. Das haben wir gleich verloren. Ach, beide Wölfe. Äh, beide Wölfe. Beide Zwerge verloren. Das ist ja ganz toll. Alter, das freut mich ja mal richtig. Hätte mal ruhig einen Power of Warming weggehen können. Das, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das Geile ist, wenn er jetzt kein Zauber spielt, dann, oder kein Overload spielt, dann wird er den 5500 nicht kaputt kriegen. Der Ghost Dragon. Der Ghost Dragon. Der feine Herr. Okay, was kommt jetzt? Irgendein Zauber, ne? Er wollte jetzt eigentlich das Zauber... Ja, okay. Oder so. Ach, Mann. Ja, das, äh, schönes Spiel. Ich könnte eigentlich aufgeben, aber das... Ich tue mich da immer so schwer, ne? Kann ich eigentlich nicht machen. Bin ja eh nächste Runde fast tot, ne? Wenn er noch einen schönen Zauber dabei hat, vielleicht auch ganz. Ja, das war's. Also hier brauchen wir nicht mehr... Ne, das... Also dann machen wir lieber noch eins, Leute. Dann machen wir lieber noch eins. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hart durchstarten mit dem Zudeck. Aber dem ist wohl nicht so. Ich habe auch noch einen schönen Schamanen. Mit dem ich tatsächlich auch mal gewonnen habe. Auf dem Turnier, das war das einzige Match, was ich gewonnen habe. Das andere habe ich leider mit dem Deathrattle-Deck gespielt. Da hätte ich auch lieber den Zuu spielen sollen. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen eine größere Chance gehabt, da durchzukommen. Nächstes Mal, sage ich nur. Nächstes Mal, Leute. Ich dachte auch eigentlich, es gibt einen Loser-Bracket. Das heißt, man darf quasi einmal verlieren und hat dann noch eine Chance zu gewinnen. Aber das haben sie dann rausgenommen, weil das sonst immer so lange geht. Und die Barkeeper wollen auch irgendwann mal nach Hause gehen. Gerade so in der Woche. Okay, ich finde, das sind ganz gute Anfangskarten. Überhalten wir die alle, jo. Und wahrscheinlich aber auch ein Zudeck uns gegenüber. Mal gucken. Sind ja gerade sehr, sehr häufig vertreten. Ich habe da schon von gehört. Ich habe da schon von gehört. Aber sie sind halt auch unglaublich erfolgreich eigentlich. Gerade beim relativ schnell hochlädern. Spielen wir den jetzt schon? Spielen wir den jetzt schon? Äh, spielen wir den jetzt schon? Ja. Ich will Sachen machen. Ich will rushig unterwegs sein. Wo war das denn jetzt? Wo kommt die denn her, die Karte? Ich habe von dir links irgendwo. Habt ihr es gesehen? Was soll denn das? Schöner Kartenrücken übrigens. Mortal Coil. Sehr schlau. Sehr gut gemacht. Und ein Wisp. What the fuck? Da geht gleich ein Power-Overwhelming rein, oder was? Ja, da spüren wir jetzt erstmal die Kollegen hier. Die können das Ding kaputt machen. Ey, das ist das, ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Wisp in dem Constructed Deck sehe. Das habe ich zuvor noch nie gesehen. Noch nicht einmal in meinem Leben. Wo ich auch gerade wieder, äh, wo ich das Thema hatte mit dem Arbeitskollegen. Es gibt ja diesen Magma Rager. Der hat 5-1. Der hat 5-1. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel der kostet. Der kostet, glaube ich, 3 oder so. Plus, minus. Und da hat jemand auf so einer Hearthstone-Fanseite dann geschrieben. Leute, also so ein, so ein, so ein, die, die schreiben leider so Guides, ne? Hat er einen Guide geschrieben, dass er probiert hat. Er hat alles probiert, wie, wie irgendwie diese Karte doch Sinn machen würde. Und er hat einfach keinen Weg gefunden. Und selbst ein Wisp, sagt er, ist wertvoller als der Magma Rager, weil er einfach immer stirbt für alles. Ähm, dass der jetzt hier, der Thorn, das Leben gekriegt hat, das prangere ich ganz schön hart an. Weil so hätten wir ihn getötet. Ne, hätten wir auch nicht. Plus 1, ha, ich hab's irgendwie an Plus 2 gedacht. Ähm, dann würde ich jetzt auch gar nicht mal den Wolf spielen, sondern würde jetzt erstmal einen Harvest-Golem spielen. Danach können wir immer noch mit dem Wolf arbeiten. Danach könnten wir auch zwei Wölfe spielen. Und dann könnten wir den in einem Zug töten. Ne, könnten wir nicht. Plus 1, man hat eine 3. Dann machen wir jetzt schon mal hier eine Attacke. Wir machen das schon. Hauptsache, Hauptsache, wir kriegen da gleich was Wolfiges hin. Und er macht jetzt noch den Golem noch nicht kaputt. Das fände ich ganz gut. Okay, also, jetzt, es ist relativ eindeutig ein Zudeck. Ich bin mir nicht, ich meine, ich kenn mich da ja nicht ganz so gut aus, ne. Ich, äh, lese das ja oder höre das nur mal nebenbei irgendwo. Schnappe das auf und benutze es auch. Äh, Zudeck, äh, ist ja durchaus dadurch erkennt, dass man viele kleine Minions spielt. Jetzt, äh, tut er das. Vielleicht hat er trotzdem immer noch ein paar große Sachen dabei. Wer weiß das schon? Keiner! Jetzt heilt er den noch. Fuck! Auf 4 zurück. Ich meine, gut, wir haben gleich den Wolf, ne. Aber geil ist trotzdem anders. Dann haben wir 3 mit dem. Dann müssen wir trotzdem noch eine Spinne reinhauen. Wobei, wir könnten... Ja, wir müssen noch eine Spinne reinhauen. Ne, müssen wir nicht. Jetzt können wir das Ding hier spielen. Dann machen wir das jetzt so. Wobei, die Spinnen brauchen auch gar keinen Wolf im Moment. Hm. Ja gut, aber wir machen trotzdem sowas hin, ne. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Zack! Und ich meine, das Schild muss weg, ne. Das Schild muss weg. Dann spielen wir jetzt noch den Wolf. Ich meine, gut, der geht ja so oder so drauf. Und dann spielen wir den, äh, den Wolf nochmal da hin. Wir müssen so ein bisschen das Board clearn. Mal gucken, was er jetzt noch so auf der Hand hat. Er hat halt mehr Karten und das prangere ich an. Wir können natürlich, natürlich, können wir immer live tappen, aber pfff, pfff, pfff. Ich will ja auch nix sagen und so. Aber gut. Ich will mir nicht beschweren. Er hat halt immer noch ein Kärtchen mehr. Wobei, ich krieg ja auch gleich ein viertes. Insofern, insofern lieg ich eigentlich vorne. Oh, da kommt der Elbenarcher. Tue ich lange, tue ich schon saulange nicht mehr in meine Decks. Man kann halt sowas machen wie jetzt gerade, aber eigentlich. Ich meine, Magmarager, könntest du damit auch töten, ne. Der geht mir jetzt auch ein bisschen auf den Sack. Aber wir könnten jetzt, wenn wir noch was kriegen, was, ach, shit. Ich hätte gerne irgendwas Kleines, wo wir dann noch ein, naja, das krieg ich jetzt nicht mehr hin. Das krieg ich jetzt nicht mehr hin. Jetzt die Frage, ob man jetzt einen Defender of Argus jetzt da raufhaut. Naja, besser als nicht, ne. Wir gucken nochmal, was wir hier kriegen. Tja, ein Marner mehr. Ein Marner mehr wäre es jetzt gewesen. Aber komm. Wir machen das jetzt einfach mal. Überlebt ja immerhin der dumme Wolf. Und die Elbin, die Elfin da, die kann ihn halt auch noch nicht killen. Also gucken wir mal. Und so langsam, sobald könnte man den Doomguard vielleicht, ne. Vielleicht mal rausholen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, Shadow Bolt. Schüss Wolfi. Noch ein bisschen heilen. Ist jetzt gleich die Frage. Clear ich da was oder gehe ich ins Gesicht? Ich glaube, ich clear. Ah, shit. Ja, und wir clearen auch auf jeden Fall den Sokobus, den er jetzt quasi, äh, mit dem er jetzt umsonst seine Karte weggehauen hat. Das ist gut. Das ist gut. Wir spielen Sachen. Wir haben vier, äh, fünf, sechs, sieben. Das ist auch sehr gut. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was aufräumen. Sowas. Sowas. Was triffst du? 1,1er. Sehr gut. Und jetzt vielleicht noch den 2,1er. Komm schon, komm schon, Baby. Yeah. Okay, das war gut. Das war gut. Jetzt müssen wir noch diese Glücks, äh, Glückssache da mal halten. Okay, noch ein Sokobus. Den würde ich jetzt erstmal ignorieren. Oder wir hauen Doomguard rein. Wobei, mit dem Doomguard würde ich jetzt auch ins Gesicht gehen. Äh, den Voidcola, da, da, da scheißen wir quasi drauf. Mal gucken, was wir noch ziehen. Äh, okay. Das, das war eine gute Idee. Ja, auf den Voidcola würde ich sagen, scheißen wir. Ähm, spielen den Doomguard. Tschüss, Voidcola. Ist mir jetzt egal. Oh, sollen wir den doch clearn? Komm, wir clearn den jetzt. Wenn wir schon diese passende Chance haben, trotzdem Thornt auf dem Board. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er da nicht irgendwie alles wegkriegt. Aber wie soll er das machen? Ich meine, der, der, der Doom, der Doom, äh, Hannes hat 5, 7. Jetzt zieht er noch eine Karte. Wir haben 7, 8, 9, 10 auf dem Board. Uns fehlt ein Schaden. Ah, jetzt fehlt uns kein Schaden mehr. Oder kriegt er das noch weg jetzt hier? Okay, den kriegt er noch weg. Aber jetzt haben wir ihm trotzdem zwei Schaden gemacht. Aber er hat sich wiederum um zwei... Ach, wir haben jetzt 7, ne? Oh, 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 oh. Oh, yes. Tschüss. Ach, herrlich. Es lief doch ganz gut. Also, das Z-Deck ist ja generell von vielen auch gehasst. Das kann ich sehr gut verstehen. Äh, wenn alle ständig so spielen und man kann da irgendwie nicht so richtig geil was gegen machen. Und es, äh, es verhindert halt irgendwie coole, interessante Metagames. ich kann das verstehen, aber wir möchten ja jetzt in dieser Saison mal ein bisschen aufsteigen und wie gesagt, morgen kommt dann ein Livestream und jetzt schon mal als kleine Vorwarnung dadurch, dass ich morgen Livestreame, kann ich keine Videos vorproduzieren für die nächste Woche, es kann sein, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe, es kann aber sein dass dann da vielleicht mal so ein zwei Tage mal was nicht kommt aber dann kann ich ja immer noch den Livestream dann online setzen, falls ihr irgendwie nicht den ganzen Stream guckt oder ihn komplett sogar verpasst weil ihr nicht könnt oder so, dann kommt dann halt das als Ersatz ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder beim Livestream, das war der Fischkopf, bis dann und Tschüss!